Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Tag 27, nächste Aufgabe. Und es wird Zustände. Okay, okay. Spannend. Zustände. Finde ich spannend. Muss ich mir mal über Gedanken zu machen. Meine erste Idee war ein Lichtschalter, beziehungsweise zwei Lichtschalter direkt nebeneinander. Da kann man verschiedene Zustände zeigen mit Licht an, Licht aus, oben, unten. Und das habe ich damit gemacht. Meine zweite Idee war dann ein Herd. Ein Ceranfeld, was man an oder aus haben kann. Es leuchtet oder es leuchtet nicht. Es ist heiß oder es ist kalt. Und mein finales Foto ist folgendes. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020